Hallo, mein Name ist Harkula Dippel. Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Seit 2013 bin ich in der AfD und seit fast fünf Jahren bin ich sowohl in der Stadtverordnetenversammlung Volkmaßens als auch im Kreistag tätig. Ich vertrete die AfD-Fraktion im Schulausschuss und bin ein Vertreter in der Verbandsversammlung des EWF. Gerne möchte ich in den nächsten fünf Jahren meine Kraft, meine Zeit und meine gewonnenen Erfahrungen wieder zur Verfügung stellen. Vielen Dank.